Meine Pläne für die Zukunft? Ach, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das alles so bleibt, wie es ist und wir gesund bleiben. Bis jetzt geht es uns ja relativ gut und ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin so viel meine Tochter auch mitbekommen kann. Ich lasse mich da überraschen, ich nehme mir gar nicht so viel vor für die Zukunft, weil ich habe eigentlich alles so erreicht, was ich so erreichen wollte. Ich habe ein vernünftiges Zuhause, ich habe ein Auto, ich habe eine Tochter, also eigentlich uns geht es sehr gut und ich würde mir wünschen, dass es noch lange so bleibt.